Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 13. April Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm, mein Meister. Johannes 20, Vers 16 Es ist beinahe lächerlich. Da weint die Maria Magdalena vor dem leeren Grab um Jesus. Dabei führt sie ein Gespräch mit ihm. Aber sie hält ihn für den Gärtner. Jesu Auferstehungsgestalt war wohl gegen sein früheres Aussehen verändert. Und außerdem war sie von Tränen blind. Auf einmal sagte der Mann, Maria. Da fährt sie herum und erkennt ihren Herrn. An der Stimme hat sie ihn erkannt. Die Stimme Jesu ist die Stimme des guten Hirten. Maria gehört zu den Leuten Jesu, die diese Stimme kennen. In der Bibel steht, der Herr redet und ruft der Welt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Die Hirtenstimme heilt durch die Welt. Aber die Welt hört nicht. Doch Maria hörte die Stimme. Der Herr hat das selber erklärt. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Die Welt hört die Stimme nicht. Maria hörte sie. Und die Jünger hörten sie. Und der Verfolger Saulus auch. Die Bibel sagt von dieser Hirtenstimme. Er wird nicht schreien und rufen auf den Gassen. Die Stimme ist so eigenartig, dass man sie nicht mit den Ohren, sondern mit dem Herzen und dem Gewissen hört. Jesus sagt noch etwas Bedeutsames von der Hirtenstimme und seinen Schafen. Einem Fremden folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen der fremden Stimme nicht. Tausend verführerische Stimmen umgeben uns. Und manche verstellen sich, als seien es Hirtenstimmen. Aber wer Jesus angehört, lernt die vielen Stimmen wohl unterscheiden. Herr, lass uns nur auf deine Hirtenstimme hören. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.